Und jetzt erzählen wir euch, was es mit der Hattingen-Card auf sich hat, wie ihr sie nutzen könnt und wo ihr sie bekommt. Moin! Moin! Ihr habt ja mich angerufen. Mein Auto ist von der Inspektion fertig. Ja. Super. Was krieg ich da von mir? Das sind 185,40 Euro. Super. Kann ich mit der Hattingen-Card zahlen, Moin? Ja. Super. Klasse. Erst, drei. Dankeschön. Super Service. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Erst gleich. Danke. Tschüss.